Entweder ist das ein Erdhügel, oder das macht glaube ich nicht. Dann könnt ihr ja über die Mauer springen. Ja eben, wir haben das schon wieder gesehen gerade. Da gehen wir von rechts nach links. Wahrscheinlich immer mal so einen halben Meter in die Luft oder einen Meter. Das ist aber KI, denke ich mal. Ja genau, da gehen wir von rechts nach links. Lass den das. Lass den das. Lass den. Lass den. Wahrscheinlich ist der auch tot. Lass den das. 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 Lass die. Lass den das. Lass den das. Lass den das. Lass den das. Oh, das ist noch mehr. Alter, der ist ja sogar. Aua! Aua! das geht ja nach links das ist meine scheiß Mosin wieder weg alter oben läuft einer oben rechts im Gras irgendwo da oben aber hier links ist auch noch einer gewesen ist er nach links oder nach rechts hier ran einer ist nach links aber irgendwo ein bisschen verteidigt und oben rechts war da auch einer ach dort und den hast du Glück ich weiß es nicht der hat nach hinten weggekippt der hat eine schnelle ruckartige Bewegung nach hinten gemacht vielleicht eine schnelle ruckartige Bewegung nach hinten machen der hat sich der hat sich der hat sich okay das war der da rechts weg ist ja wieso machst du den Schalli ab? ja weiss ich drauf geht dass der nicht weg ist gar nicht hin dann nochmal näher ich dachte mit der Mosin geschossen ja die paar Kugeln die da drin sind na ich krieg mir welche ja aber dann lass uns jetzt erstmal hier zum scheiß Trott holen genau ich hoffe da ist es auch sonst war die ganze oh alter ach was ist denn eine Schweine krass ist denn der oder? in der Acker ich bin doch die treffen wir doch nur so gut wo ist denn der Wichser ja wir bieten nicht da liegen wir hier am Dreck ich hab ihn eingelegt den Hohen so Koks warte mal kurz ich lade dich dann ein wenn ich hier ja mach den ruhigen Matze mach den ruhigen ey ich bin vorhin noch komplett ausgerastet Alter das kannst du dir nicht vorstellen du wirst es ja dann im Video sehen ich hab vor wieder ein Rage Video was die Leute nicht sehen wollen aber es ist mir scheißegal ne das ist egal du hast ja auch einen Grund zum Ragen ja alter der ist wieder geflogen und wieder nach links und rechts und am besten war es als ich gar nicht mehr schießen konnte ich hatte meine Waffe in der Hand aber die konnten nicht mehr schießen ging einfach nicht an ja das war das vorhin was ich gesagt hab ne ich konnte auch nicht schießen obwohl ich die in der Hand hatte bye bye my friend bye 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 my friend wie zwölf jährscher alter da kommt doch was alter boah ich bin schwer verbrochen alter was ist denn das das ist ein Spieler oder was alter oh hier ist zu komm auf sie war so ist ja 1. 2. 4. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Dort hinten war ich Was? Oh Irgendwo hier Fuggesicht, was klar ist Wir müssen hier weg, drei Wir müssen meine Lunge noch machen, dann gehst du weiter hier Das war die Geschossene, ich glaube nicht, dass es von uns, also dass es auf uns war, das war Feuergefecht Alter, wann stirbt der denn mal? Ja, ich weiß es auch nicht, die Suppe kam aus ihm raus, Junge Das habe ich auf der Kino Das habe ich mir nicht mehr wünschen Wie so ein Friseur in der Schlacht Das muss man alles verhoffnen Ja Ja, weil er jetzt hat er gestorben, sagt er immer noch bei hinten Alter, leckt mich doch Alter, leckt er noch nicht, immer noch Hörst du, wie es einsteckt bei ihm? Alter, ist der dumm oder was? Jedes Mal macht er Wir müssen weiter vordringen Ach ja, ich komme jetzt einfach raus hier Ach, ich bin jetzt auf dem Weg rüber, knall mich nicht ab Alter, wie der, wie der wieder weggeschnellt ist, Alter Ja, ist klar, schon wieder einen aufs Feld gekriegt Ich habe bald die Faxen dicke hier, Junge Ich weiß doch nicht mehr, wo die Insel hier Ja, genau vor dir jetzt In der Mitte von dem Buswerk Jetzt an der Öververstrahlung Da kommt halt rum Boah, jetzt Alter Alter Du siehst den Zappeln und alles Ey, wie der wieder rüber gesprungen ist, Alter Da war, du brauchst einen von Sekunden Drei Meter nach links gesprungen Dieser Vollidiot Den schaust du noch keinen mehr Wir sind hinten ja Alter, was? Dann schau doch die Schnauze, Menschenskind. Oh, das Geruckel, Alter. Das macht wirklich Spaß, ja. Er schießt um die Ecke schon wieder. Ach, halt doch, die Schnauze, Alter. Ist das da hinten ein Ausgang, den ich besuchen muss? Ey, wenn wir... Boah, gut denn, du Witter. Alter, diese Fotzenknechte, Junge. Oh, wenn ich hier wieder verrecke... Ich fach da eigentlich genau so toll. Oh, mir geht's gar nicht gut. Mir auch nicht. Ach, ich bin tot. Nein! Das fällt einfach nicht um. Keine Chance. Oh, Mann! Ey, der hat 50 Mark gezappelt. Links, rechts, links, rechts. Ach. Er fällt halt nicht um. Ach ja, nee. Ich bin sicher, da kann ich nicht zacken hier. Das ist Wahnsinn. Ja, wunderbar, ey. Mach da hier jetzt mal auch was, so einstechnisches. Eigentlich fällt er in den nächsten zwei Minuten um. Ich muss ja runter, ja. Was macht Moxiflox eigentlich? Oh, jetzt... Keine Ahnung. Ich mach gerade eine Mission. Nee, ich meine Moxiflox. Ich bin Moxiflox. Du bist nicht Moxiflox. Aber jetzt bist du Moxiflox. Haha. Oh, du hatsache. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir sind schon zwei drei stunden ja das ist immer noch bei der christ ja ach du scheiße ja das sind zwei drei stunden das ist nicht normal dass die auch nichts dagegen machen ich weiß es auch nicht spring doch mal drüber du movement grüppel du verhurt heute schmeckt es mal heute schmeckt es mal wieder richtig durch so eine scheiße machen sie ein gutes spiel wieder mal kaputt auf lauf ich habe es auch geschlossen leck mich mal aus wo ist jetzt mein flugplatz lande zone delta 1 ok hier will ich hin dann machen wir mal weg roger raven is in the air and heading to delta 1 ja 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 ja